guten morgen meine lieben es ist vollbracht die ersten modelle sind fertig für eine kundin in hamburg ich habe gerade die sachen zusammengestellt und werde sie jetzt persönlich hinbringen weil hier im nord scheint die sonne wunderbares wetter und ich werde das einfach mit einem ausflug nach hamburg verbinden und das heißt für euch nicht dass ihr die modelle nicht sehen können ich werde sie noch an diesem wochenende auf die seite stellen dann könnt ihr sie bewundern und bestellen meine lieben ich wünsche euch ein schönes wochenende bis dahin tschüss